Nicht go! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo of Soul und sie rennt und rennt und rennt und rennt von alleine. Hör auf! Hör auf! Es war wieder Update. Man merkt es bei mir immer, wenn ein Update war, wenn meine Charakterin sich selbstständig macht und von alleine läuft. Also weil sie der Meinung ist oder Überzeugung oder auch was ist der Geier? So, wir haben Post und ich möchte als erstes Post aufmachen. Und wir haben, glaube ich, über dem Briefkasten hier. Nice! Ich bin gerade erst online gekommen. Diana heute leider nicht mit am Start. Das heißt... Alter! 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 What? Leute, Alter, seid ihr irre! Warte mal, die haben wir schon geöffnet, oder? Ah! Ich habe Post von Sonira 2. Hallo Thomas, ich schenke dir und Diana ein Set 8 Steine. Habe noch genug andere Steine. Habe noch einen Tipp für dich. Den zweiten Ring kannst du mit der Alt-Taste gedrückt halten und dann die rechte Maustaste drücken. Aha! Ey, das ist ja der Hammer. Das heißt, ich kann jetzt im Winter wieder Steine austauschen? Boah! Ey, wie soll ich euch das jemals danken? Wirklich, ohne Scheiß. Ey, ja. Was ihr mir hier schenkt. Wahnsinn! Wahnsinn! Vielen, vielen lieben Dank. Also wirklich, vielen... War das ein Begleiter? Hier noch ein Begleiter mit zwölf Inventarplätzen. Auf diesen Charakter nicht antworten, da er wieder gelöscht wird, da man von einem anderen Server nichts verschicken kann. Ey, wirklich, an dieser Stelle... Hast du deinen Namen geschrieben? Nein, hast du nicht. Leider. Aber trotzdem, an dieser Stelle, vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Wahnsinn, ey. Boah! Krass. Bin gerade geflasht. Was? Ah, ne, 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 ne. Doch, ich kann's ja... Ne, doch, benutzen's richtig. Alter! Das ist ja Hammer. Den muss ich mir ja dann schön mit Diana teilen, die Steinchen. Mach mal halbe, halbe. Wahnsinn! Krass. Boah, wirklich, vielen lieben Dank. Und den Begleiter haben wir. Gelbschwanz-Lemur. 30 Tage Nutzungsdauer. Einen Namen! Moment. Sonira. Dich nennen wir Sonira. Einfach als Dank nochmal. Neuen Begleiter erhalten. Und wir werden ihn gleich mal holen. Er hat 12 Inventarplätze. Warte mal. Da ist das kleine Kerlchen. Ein Lemur, tatsächlich. Mit einer kleinen Kiste auf dem Rücken. Der sieht ja echt geil aus. Und wie kann ich auf sein Inventar zugreifen? Moment. Achso, die krieg ich... Ach, hier! Ne! Wie geil ist das denn, ey? Hammer! Okay, warte mal. Jetzt muss ich erstmal... Halt zu tun. Entsockungsrolle. Brauche ich es. Ich werde natürlich die Steine einsetzen. Und ich halbierse, wie gesagt. Ich werde mit Diana die Hälfte geben. Obwohl, das ist eine ungleiche Zahl. Pass auf, ich gebe Diana vier. Aber erstmal... Ja, hi, Selina! Schön! Ähm... Ich nehme drei. Dafür nehme ich aber den Rubin. Definitiv für die Waffe. Dann... Nehme ich... Nehme ich... Nehme ich... Für die Schuhe. Und nehme ich für... Handschuhe. Was haben wir noch? Kopfbedeckung. Beinkleid. Und dann nehme ich noch die Brust. Und die anderen vier, die kriegt die Diana. Beim nächsten Mal. Muss ich dran denken. Ich will ja nichts unterschlagen. Was steht heute wieder an? Ja, gute Frage. Ähm... PvP natürlich. Werden wir auf jeden Fall... Äh... Durchziehen. Vorher werde ich aber noch versuchen, mein Steckenpferd... Oder das mache ich hinterher. Das mache ich zum Schluss heute. Werde ich mal... Natürlich versuchen, mein Steckenpferd wieder... Ähm... Hinzubekommen. Und zwar... Werde ich versuchen, nochmal zu gucken, ob der... Rearmob am Start ist. Heute mal. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Äh, äh, äh. Was ist denn hier schon wieder los? Spielsüchtiger? Was? Ach ja, gab irgendwie ein Update. Besiege Herr Spielmann. Dafür gibt es eine Spielmünze. Oh Gott. Dämliche Fragen. Wollen wir es mal versuchen? Warte mal. Ich habe die Idee, mich hier... Wir müssen jetzt da anquatschen. Dich? Ne, warte mal. Du bist ja... Du bist ja nichts... Ne, warte mal. Wir müssen hier anquatschen. Ah, ich habe schon wieder irgendwas vor verpasst. Ist irgendwas in meinem Inventar? Nope. Hä? Frage beantwortet. Beantworte Fragen. Quizzlers Fragen. Wer ist denn Quizzler? Quizzler steht wahrscheinlich hier irgendwo zwischen. Wollen wir irgendwas effen? F? Oh, ich schreib mal kurz. Äh, wo ist denn der Quizzler? Oder steht der hier mit drauf? Ne? Oder ist der hier zwischen? Man sieht so viel. Ne, das ist Herr Spielmann. Wo ist denn der Quizzler? Der muss hier sein, aber ich sehe ihn nicht. Höh? Hä? Beschränkt? Für diesen... F, 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 Nö. Ah! Aber ich will mal gucken. Was kriegt man denn bei denen, wenn man denn so eine Münzen tauscht hier, ne? Öp, 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 öp. Mhm. Graues Pferd. Kunstvolles Spektralgewand. Ne, warte mal. Wie war das? Nein. Ah ja. Na, scheiße. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil ich meine Dings an hab. Warte mal. Ich müsste mir das gerne angucken. Das interessiert mich nämlich. Hui. Ne, warte mal. Hä? Hä? Ach, auch egal. So. Ja, ich glaube, ich weiß, warum. Gut. Ähm, erstmal. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe das langsam. So. Okay. Ich brauche jetzt erstmal Rollen zum Entsockeln. Ähm, gab es hier nicht so einen Allgemeinverkäufer-Fuzzi-Typi-Bumms-Dings, der auch Entsockelungsrollen vercheckt? Und wenn ja. Doch, es war doch hier einer, oder? Ah, ne, 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 ne. Hier hinten. Wo ist das? Händler. Okay, ich brauche jetzt erstmal die S. Passt nicht. Okay, ich brauche eins, zwei, drei. So. Dann einmal. Was haben wir gesagt? Wir haben Waffe. Edelstein entfernt. Wir haben Schuhe und Oberteil. Edelstein entfernt. Und Schuhe. Edelstein entfernt. So, dann machen wir mal das. Bang. Edelstein erfolgreich gesockelt. Und hier geht mein Handy gerade wieder voll ab. Amazon Music empfiehlt. Ne, ist so, das gehe ich heute leider nicht, weil alleine. Da bin ich ja wirklich nur noch Futter. Ich werde mir noch was einfallen lassen. Ansonsten würde es mal vielleicht auch eine Folge weniger geben, wenn Diana nicht da ist. Die Woche. Das ist dann aber auch nicht böse gemeint oder so. Das ist halt, weil, ähm, ich langsam auch nicht mehr weiß, was ich auch alleine machen soll. Achso. So, mit alt hast du gesagt. Alter, das klappt. Bin begeistert. Boah, Alter. Warum? Warum? Nee. Ist auch wieder da. So, dann werden wir mal. Moment. Elenada. In Gruppe einladen. Ah, geht nicht. So. Heute mal ohne Alexa-PVP. Das war schon echt irgendwie strange. Aber auch lustig, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es zumindest echt Spaß gemacht. Come on. Darf ich das mal machen. So. Und das PVP macht auch echt so Laune. So. In Gruppe einladen. Ja. 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 Und da ist sie. Sehr schön. Okay. Okay. Okay, hat sich schon geklärt. so na den gruppe wenn wir mal wenn wir mal wenn wir mal wenn wir mal pvp suche smart match und da ist er luna wieder da schön dass du wieder da bist da ich kann das mit den muss ich sagen es gilt mit den gesten finde ich ein bisschen dürf das ist so ein bisschen tanzen bis sie bis pvp los geht sollte aber nicht lange dauern wie es aussieht mit den neuen kurs füren da war eine gute weile nicht online die gute die geste nutze ich aber die unbekannten da bin ich mal bin ich echt gespannt wie man die bekommen soll das muss ich mir vielleicht mal rausfinden ja das stimmt klausuren gehen immer vor lernen geht immer vor achja kann man ja auch mal abholen endlich mal wieder seelen die voll sind wie immer ich bin mal gespannt wie wir uns heute schlagen im pvp vielleicht gewinnen wir ja mal aber wie gesagt die leute haben ja immer dass das blöde handicap dass ich dabei bin und da ist dann so gewinnen echt manchmal so ein bisschen naja unmöglich ist wahrscheinlich auch nicht so lustig so ich wollte mal gucken habe ich wieder irgendwas was ich mir abholen kann eigentlich nicht glaube ich habe nichts gehabt oder ne das hatte ich alles schon abgeholt ok 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 ähm gibt es eigentlich irgendwas neues das würde ich ja mal gucken Loksackzeug Wunderland ähm 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 der sieht geil aus die würde ich mir sogar kaufen so was hast du denn das neue Event habe ich auch noch gar nicht mitgemacht du ähm 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 äh seh das auch zum ersten mal leider ich glaube nicht dass ich heute schaffe ich hätte mal ich hätte es schaffen müssen um 20 Uhr da zu sein hätte ich es hinbekommen aber sollte nicht sein jetzt ist die erste Folge schon fast rum und wir haben noch nichts gerissen ist das schlimm aber naja ein bisschen off topic kann man ja auch mal machen was jetzt gerissen ich habe ja jede Menge Geschenke bekommen die ich zeigen musste und das ist echt cool also muss ich echt nochmal danke sagen an der Stelle dass ihr mich so reichlich beschenkt ist schon wirklich wirklich toll so kaffee ist leer wohnung ist immer noch warm äh das ist doch jetzt aber wirklich heute ein bisschen mäh ich will da nur pvp gehen äh he 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 Ich meine den Quiz Typen der sieht doch wirklich lustig aus muss man sagen aber ein bisschen Ja man sieht den jetzt gerade nicht so gut weil Luna mittendrin steht Hätten wir es euch jetzt mal gezeigt doch da ist er voll mit Augenklappe schmolnt da aber das Mount sieht fett aus irgendwie auch wenn diese komische Kiste vorne dran ist die ich nicht so toll finde aber der Rest sieht echt cool aus also das Mount sieht schon macht schon was her der Begleiter ist auf jeden Fall toll dass er Inventarplätze hat da kennt mich jemand da kennt mich jemand auch Menno fünf Leute ist das schlimm ach ja ich muss ja noch Namen suchen ne ich muss ja ich muss ja Namen erwähnen in der Hoffnung dass ich einen treffe Elenata Kenva ich finde ich Lady Darkness Suimetsu Drugal Quista taucht alle zwei Stunden im Spiel auf um euch keine Frage zu stellen Tigerkiller den Kenva doch den Kenva No Name Hero Lenni bin er mal da Sarah lustig was auf jeden Fall wenn ich ihn da gestätte jetzt schon Rilliera Chantabiest Integrity Na Mensch auch lange nicht mehr gesehen Honey Maliso Engelchen Alter wird da doch sein davon was Ach Ela Und hör Tja 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 ähm Pico GSD Green GSD Missy Lowrider Cubic Elaine Hilde Oh Malifisk und Wolke 7 Edenoax GSD 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 GSD